Im Park spazieren gehen, das konnte ich mir lange nicht mehr vorstellen. Nach meinem Schlaganfall wollten meine Beine in der ersten Zeit überhaupt nicht mehr so, wie ich das wollte. An selbstständiges Gehen war wirklich nicht zu denken. In der Reha hatte ich großes Glück und habe Gangtraining auf der Lyra erhalten. Damit habe ich tatsächlich geschafft, was mir unmöglich schien. Ja, und heute gehe ich wieder mitten durchs Leben. An die ersten Trainings auf der Lyra kann ich mich gut erinnern. Es hat keine fünf Minuten gedauert und schon stand ich auf dem Gangtrainer. Durch den einfachen Einstieg konnte ich schon mit dem Training beginnen, als ich noch im Rollstuhl saß. Und dann die ersten kleinen Schritte, noch ungewohnt und mit ganz viel Hilfe. Aber es hat sich großartig angefühlt. Wie richtiges Gehen. Lyra helps patients with neurological walking impairments to get back on their feet. A vast body of research shows that this method of gait training gives patients the best chance of regaining their ability to walk. In some clinical trials affected patients even doubled their odds of living life without a wheelchair. Lyra perfectly mimics the human gait pattern. As a result, the patient can again achieve a natural walking movement through motor learning. And Lyra offers a lot of other benefits too. Stride length, handrail height and body weight support can be easily adjusted for each patient in three quick steps. This makes Lyra extremely simple and any therapist can be trained and certified to use Lyra in no time. The therapist adjusts all key training parameters on the gait trainer's touch screen display. As patients progress with the therapy, body weight support can be reduced, while training speed and duration can be increased. A maximum speed of 4 km an hour makes Lyra the fastest gait trainer on the market, helping patients achieve a walking pace suitable for everyday life. Compared with conventional gait training, the achievable number of repetitions with Lyra is up to 20 times higher. Therefore, Lyra offers the most effective gait therapy. Lyra is also the world's only gait trainer with connectivity functions, which allow training logs to be sent to a smartphone or tablet. Lyra gives the therapist unrestricted access to the patient from all sides. This allows therapists to focus on what really matters, interacting with the patient and fine-tuning their motor skills. For example, they can support the patient's knee and hip extension until he is capable of initiating these movements himself. Lyra is also the most effective gait trainer with the patient-tuning of 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 the patient-t